Hallo und herzlich willkommen zur Nägelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Und bei Disney Plus ist gerade was angelaufen, das echt hohe Wellen geschlagen hat. Mit Hamilton kommt dort nämlich die Aufzeichnung eines Musicals ja in den Streamingdienst und die Leute sind glaube ich ziemlich angetan. Wir hatten die Gelegenheit hier vorab einen Pressscreener zu bekommen, also vorab heißt einen Tag vorher glaube ich habe ich den effektiv gehabt und naja also letztlich kommen wir ein bisschen später jetzt mit unserer Besprechung, die für euch aufgezeichnet haben. Igor, Lasse und Paul und gerade Lasse ist ja unser Musical beziehungsweise eher unser Musikexperte und ich bin mir sicher, dass auch der Paul auf jeden Fall die Disney Plus Inhalte ziemlich gut kennt. Auch Igor wird seinen Teil beigetragen haben und ihr könnt euch sehr drauf freuen, was die drei Jungs zu Hamilton zu sagen hatten. Im Anschluss gibt es einen Beitrag zu Scooby Vollverwedelt glaube ich ist der Titel und das ist ein Film, den habe ich mir angeschaut zusammen mit dem Andi denn den gibt es bereits international auf Video-on-Demand-Plattform, da haben wir die Gelegenheit genutzt und den Film für euch geschaut der jetzt tatsächlich im einen oder anderen deutschen Kino angelaufen sein soll. Man hört davon, wie Scooby, also quasi der neue Scooby-Doo-Film geworden ist ob da auch Leute abgeholt werden, die mit der Figur vielleicht nicht viel anfangen können oder ob es eher was ist für alteingesessene Fans all das erfahrt ihr in unserer Besprechung. Ja und im Anschluss dann noch ein Doppel zu Avenue 5 einer Comedy-Serie, die aktuell bei Sky zu sehen ist. Die haben sich Patrick und Mo gegönnt, ist halt irgendwie glaube ich ganz lustig ist Sci-Fi und eigentlich will ich auch unbedingt wissen, ob es lohnt die Serie zu beginnen oder nicht da muss man eigentlich ihn hören. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann hinterlasst einfach noch Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen ihr könnt uns dann ebenfalls noch bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcast für Facebook, Google.de oder Podcast.de überall da kann man Podcasts bewerten und Podcasts zu bewerten ist voll die tolle Sache. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao! Alexander Hamilton ist jetzt auch auf Disney Plus viele Songs und Tanzeinlagen gibt es dort im Überfluss und damit herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch mit mir eurem Hauptmoderator Lasse Vogt und als Gäste habe ich unter anderem oder das sind die einzigen Gäste, den Paul Hallo! Und den Igor! Hallo zusammen! Und ja, wir sprechen heute über Hamilton und einer von uns naja, also wir jedenfalls konnten ihn sehen, der Film ist ja jetzt seit dem 3. Juli auf Disney Plus weltweit was ziemlich gut passt für den 4. Juli an welchem wir das aufnehmen denn wie wir alle wissen 4th of July Amerika und so weiter und es geht um amerikanische Geschichte Tja, worum geht's eigentlich genau? Wer von euch kann das mal sagen? Also Hamilton selbst ist wie schon gesagt ein Musical von Lin-Manuel Miranda der schon vorher Into the Heights gemacht hat ein Musical, das sehr erfolgreich war und mit Hamilton hat er ein kulturelles Phänomen geschaffen über einen der Gründerväter der USA Alexander Hamilton das läuft seit ungefähr 5 Jahren seit Anfang 2015 am Broadway beziehungsweise seit auf Broadway und ein halbes Jahr später generell auf dem Broadway und hat sich dann so langsam über die Welt verbreitet zunächst in Chicago seit 2017 in London und für 2021 ist es angedacht das in Hamburg aufführen zu lassen und eine Aufnahme von 2016 also eine Filmaufnahme die dort direkt im Theater angefertigt wurde fand ihren Weg jetzt gestern auf Disney Plus wie schon gerade eben gesagt auch im Rahmen des Unabhängigkeitstages sehr sehr passend und das ist da auch eine Möglichkeit für Leute dieses Musical anzusehen die vorher nie die Chance gehabt haben auch in den USA was wenige wissen ist dass zum einen sind die Tickets sehr teuer 250 Dollar das Stück und zum anderen selbst diese teuren Tickets sind immer vergriffen es ist im Endeffekt jeden Tag seit 5 Jahren ausverkauft und jetzt hat man endlich die Möglichkeit es auch einem breiteren Publikum vorzustellen und dazu eben auch noch mit dem Original Cast was natürlich auch ziemlich cool ist was ja heutzutage nicht mehr ganz so möglich ist denn gerade seit Hamilton habe ich auch das Gefühl ich hatte vorher noch nie von Lin-Manuel Miranda gehört und dann ist er ja vollkommen explodiert er hatte dann ja der war ja sehr doll beteiligt an Disney's Moana oder Vaiana je nachdem wo ihr den Film guckt er ist jetzt in der His Dark Materials Serie dort spielt er Lee Scoresby er war in dem Sequel Remake von Mary Poppins also es ist schon ganz schön krass wie er dann so durch die Decke gegangen ist halt allgemein und ich hatte noch nie was von ihm gehört vor Hamilton und ich habe natürlich auch was mitgekriegt davon alle lieben es ein riesengroßer ich konnte es natürlich nicht sehen also fand ich es sehr sehr schön ohne dass ich jemals vorher irgendeinen Clip gesehen habe oder irgendein kleines Krümelchen von den Songs dass ich es dann einfach mal so vollkommen unverbraucht einfach über Disney Plus gucken konnte wie steht denn da eure Beziehung zu diesem Musical und auch Musicals allgemein ich für meinen Teil hatte tatsächlich das Glück Hamilton letzten Sommer am Broadway zu sehen tatsächlich oh ja nice ja ich hatte sehr sehr viel Glück ich habe über sagen wir mal Informanten erfahren dass wenn das Musical ausverkauft ist werden sogenannte Stehplätze hinten freigegeben für 40 Dollar das Stück ich hatte das Glück eins zu erwischen und habe erst im Nachgang erst wirklich verstanden was das für ein Phänomen ist jedes Mal wenn mich jemand gefragt hat was hast du denn an Broadway angeschaut und ich Hamilton erwähnt habe wurden die Augen erstmal groß ich bin an sich auch ein großer Musical Fan tatsächlich und habe da nicht nur Hamilton angesehen auch in Deutschland bin ich immer wieder zu Gast im Deutschen Theater hier in München zum Beispiel und dementsprechend war ich auch wie weggeblasen also ich werde jetzt nachher im Detail darüber reden aber es hat schon eine Berechtigung dass es zu diesem Phänomen herangereift ist und was ich vorhin jetzt einfach nur gesagt habe es geht um Alexander Hamilton zum Hintergrund weil ich glaube das weiß dann auch nicht jeder als wie gesagt einer der Gründerväter was ihn besonders auszeichnet dass er mitbeteiligt war an der Ausbreitung der neuen Verfassung der USA er hat im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg im Stab von George Washington mitgekämpft er war der Gründer der ältesten Bank der Vereinigten Staaten Bank of New York er hat es geschafft eine sagen wir mal Zentralregierung die etwas stärker ist im Vergleich zu den ganzen Ländern sozusagen zu etablieren und er ist auch auf der 10 Dollar Note der USA zu sehen das heißt er ist durchaus eine bekannte Persönlichkeit aber selbst in den USA ist er sehr weit in den Hintergrund gerückt in der allgemeinen Wahrnehmung das heißt jeder der sich mit der US-Geschichte auskennt kennt auch ihn aber er ist natürlich im Gegensatz zu Menschen wie George Washington jetzt niemand der einen sofort einfällt wenn man jemanden von außerhalb danach befragt und Lin-Manuel Miranda hat es geschafft ihn tatsächlich auch in den Fokus zu rücken und hat dadurch auch die Begeisterung für die US-Geschichte tatsächlich auch in den USA richtig entfacht Kinder, Jugendliche interessieren sich plötzlich für US-Geschichte und eben auch für diesen einen Mann der eigentlich eher so ein Hinterbänkler war Ja, also kurz zu dem wie ich zu Musicals stehe sag ich mal ich kannte Hamilton vorher und habe schon auf Spotify immer die Lieder rauf und runter gehört weil ich irgendwann mal durch eine Verleihung der Tony Awards also die Awards die es da immer für Musical gibt irgendwie auf Hamilton gestoßen bin und das ziemlich cool fand und ja, weil ich keine Karten irgendwie für Broadway oder auch irgendeine Möglichkeit hatte irgendwie dieses Musical zu sehen habe ich mich halt mit dem Soundtrack begnügt und war da schon ziemlich angetan und als ich dann erfahren habe dass es das nun auch bei Disney Plus gibt also diese Aufnahme da war ich natürlich sofort dabei weil ich das auch mal in Gänze sehen wollte und auch mal mit den Schauspielern und mit der ganzen Handlung drumherum die ich sonst bei den Liedern zwar schon irgendwie mitbekommen habe aber noch nie so eindrucksvoll dann tatsächlich auf der Bühne gesehen habe und Musicals bin ich sonst auch sehr angetan war noch nicht so häufig das Größte was ich gesehen habe war König der Löwen eben in Hamburg aber das hat auf jeden Fall jetzt Spaß gemacht das auf Disney Plus zu sehen das kann ich nur zurückgeben ja also wie gesagt ich hatte vorher überhaupt keine Erfahrung mit diesem Musical ich glaube das habe ich auch irgendwie mit Absicht gemacht halt um einfach das dann so vollkommen frisch zu erleben wenn es mal die Möglichkeit gibt ist schön dass es jetzt die Möglichkeit gibt und ich musste zwischendurch hat es mir sehr geholfen auch ein bisschen einfach zu gucken wer genau war jetzt eigentlich Alexander Hamilton weil ich kenne mich jetzt nicht mega mit der amerikanischen Geschichte aus ich kenne so die üblichen Verdächtigen halt jeder auf der Welt weiß wer Abraham Lincoln war bei George Washington wissen es die meisten denke ich auch so verschiedene Leute Alexander Hamilton hatte mir so gesehen nicht wirklich was gesagt ich finde eben die Art und Weise wie das Musical diese Geschichte erzählt da kam bei mir ein ganz besonderer Vergleich auf kennt ihr die Epic Rap Battles of History auf YouTube ja weil das hier fühlte sich irgendwie an wie eine wirklich musical lange Version davon weil was ich an den Rap Battles of History so gerne mag ist wenn sie da verschiedene historische oder fiktive Persönlichkeiten gegeneinander rappen lassen ist die bauen da diese Infos ein im Schnelldurchlauf halt wirklich Infos über diese Figuren du lernst etwas während du da diese lustigen Raps siehst und ich finde sowas ähnliches hatte das hier auch weil das ganze Ding ist wirklich durchgespult die gesamte Geschichte von ihm und die ganze Exposition ist da in den verschiedenen Nummern rein und wir switchen Szenen wir switchen wirklich Jahre oder Jahrzehnte innerhalb von verschiedenen Nummern und ich finde halt wirklich in dieser in diesem Rahmen funktioniert das richtig gut sowas könntest du nicht als Film machen und du kannst dem trotzdem irgendwie folgen ich finde halt einfach dass es auf so eine Art aufgebaut und inszeniert dass du währenddessen wirklich trotzdem die wichtigen Dinge lernst und dem allen folgen kannst was ich finde was da ein bisschen auf der Strecke bleibt ist halt eher sowas wie Charakterentwicklung oder sonst was in der Art aber ich glaube auch nicht dass das wirklich die Intention des Musicals ist und aber dazu können wir vielleicht später noch kommen aber ich finde eben auch die Wahl der Musik diese vielen verschiedenen Genres Hip-Hop 90er Pop Jazz ist ein bisschen mit drin R'n'B so viel verschiedenes Zeug und eben auch die Tatsache dass hier so viele Lateinamerikaner und Afroamerikaner gecastet sind in diesen Rollen ist eben auch etwas sehr sehr Besonderes und Außergewöhnliches was ja auch für ordentlich positive Furore gesorgt hat größtenteils und ich weiß nicht es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter und einzigartiger Approach für diese Art von Geschichte eine Geschichte die ja größtenteils eben eher die nicht weißen Bürger Amerikas außen vor lässt in vielen Fällen und naja ich weiß nicht ob das hier jetzt so wirklich diese große Gerechtigkeitsnummer ist weil sie ja trotzdem eben diese weißen Charaktere spielen dazu gab es nämlich auch ein bisschen Kritik von halt ja es geht ja trotzdem nicht um die schwarzen Figuren in der Geschichte sondern eben einfach werden halt hier von Schwarzen und so gespielt also da hatte ich halt entsprechende Kritik auch gehört dass das so ein bisschen wirkt scheinheilig aber auf mich wirkte das irgendwie alles frisch es wirkte mutig ja ich weiß auch nicht es gibt irgendwie einiges dazu zu erzählen aber ja es ist das ist durchaus richtig aber die Menschen die diese Kritik geäußert haben zum Beispiel man darf ja nicht vergessen dass so etwas wie Hip-Hop Soul und R'n'B ja genuin schwarze Genres sind und die Menschen die da gecastet wurden primär eben People of Color Latinos und natürlich ein paar weiße Darsteller insbesondere George der Dritte der einigen vielleicht bekannt vorkommen sollte Jonathan Groff weiß jemanden die Netflix-Serie Mindhunters kennt er ist einer der beiden Hauptdarsteller einer der zwei Detektives und er singt auch soweit ich weiß Christoph in Frozen im Original das heißt es ist kein Unbekannter und da war es natürlich auch klar wenn sie einen sagen wir mal das Feindbild den George den Dritten da muss er ja komplett auch so dargestellt werden aber die Intention hinter dem Cast war primär dass das neue Amerika was ja extrem divers ist vom Alten erzählt da geht es nicht darum eben weiße Geschichte zu schwarzen zum Beispiel umzuschreiben sondern einfach eine Perspektive der Gegenwart auf die Vergangenheit darzulegen und in einem ersten echten Hip-Hop Musical also ich weiß nicht wenn ihr euch mal ein paar Gedanken darüber macht kennt ihr Hip-Hop Musicals es gibt sicherlich so ein paar die gewisse Klischees bedienen oder aktuelle Strömungen aber da wird einfach das Genre benutzt um eine Geschichte zu erzählen das ist Sprechgesang primär und das ist das perfekte Tool um eine Geschichte rüberzubringen wo es nicht begraben wird unter den Fähigkeiten der Sänger die übrigens sowohl die Rapper die da drin sind die können sowohl rappen als auch singen also das ist jetzt dann nicht einfach nur wir haben Leute gecastet die nur das eine können es sind wirklich richtig talentierte Leute da drin aber das ist tatsächlich etwas was nicht einfach so genutzt wird um Leute zu erreichen die vielleicht vorher sich nicht dafür interessieren würden sondern es hat alles seinen Sinn sowohl der Caster als auch die Musik das harmoniert wirklich wirklich gut und es sieht für mich auch wie du schon erwähnt hast nicht wirklich nach ja guilt driven Geschichten aus so im Sinne von wir müssen jetzt irgendwie schwarze Leute casten oder was Hollywood eine Zeit lang einfach gemacht hat Hauptsache irgendwie besetzen sondern das wirkt alles sehr sehr natürlich ja eben genau ich finde das wirkt so wahnsinnig motivierend es wirkt frisch und einfach herrlich peppig und die alle machen einen mega guten Job dort und was mir eben auch so im Kopf herumging als ich den geguckt habe ist wie würde das Hollywood abfacken eine Musical verfilmung hiervon so richtig und meine Hoffnung ist ja eben dass das mit Cats endgültig gestorben ist dass die sowas in Zukunft weiterhin machen nach diesem mega Flop weil ich hatte halt wirklich währenddessen hatte ich so verschiedene Bilder vor mir so mögliche Szenarien was würde was würden die damit falsch machen und ich denke eben halt so gut wie alles weil ich glaube einfach nicht die Art und Weise wie die Geschichte erzählt wird und so mit diesen extremen Zeitsprüngen und der Art und Weise wie es halt nicht wirklich jetzt mega in die Tiefe geht bei den Figuren ja ich glaube aber tatsächlich dass es da irgendwann auch draus drauf hinauslaufen wird ich glaube dass in in the Heights was Igo am Anfang schon mal erwähnt hat was ja auch von dem Hauptdarsteller hier ist das kommt ja jetzt schon also sollte dieses Jahr in die Kinos kommen und ich kann mir durchaus vorstellen dass sie sich dann auch an Hamilton noch wagen werden ich habe tatsächlich eher das Gefühl oder sagen wir eher die Hoffnung dass sie es nicht tun werden weil sie jetzt eben diese Verfilmung rausgebracht haben also im Sinne von ich meine was heißt hier Verfilmung also wenn man das genau nimmt ist es ein Mitschnitt eines Abends von 2016 mit dem Originalkast wie schon gesagt was es halt entsprechend interessant macht weil Lin-Manuel Miranda nicht nur das Stück geschrieben hat sondern er ist auch wie gerade eben erwähnt wurde auch der Hauptdarsteller ist wirklich das Mastermind hinter Hamilton und das ist natürlich das Interessante ihn dann auch auf der Bühne zu sehen und viele Elemente einfach auf der Bühne die dann benutzt werden um ihm gewisse Aspekte rüber zu bringen auch die Geschwindigkeit die gerade erwähnt wurde die Sprünge das ist glaube ich nicht in einem Film umzusetzen ohne die ganze Geschichte zu verwässern und ich glaube es ist eine Sache an die sich ein Regisseur wirklich trauen muss und ich glaube keiner möchte mit sich in Verbindung gebracht wissen dass er Hamilton versaut hat ein kulturelles Phänomen Ja außer also ich meine natürlich es gibt so ein paar Leute auf Ego Trips aber ich würde mal behaupten es ist ein schon man braucht ein dickes Ego glaube ich um Hamilton nicht als Musical eins zu eins zu übertragen sondern wirklich in eine Erzählung in einer Filmversion ich glaube nicht dass das zumindest in absehbarer Zeit passieren wird aber irgendwann vielleicht aber nicht in den nächsten zwei drei Jahren ich hoffe es auch nicht weil also ich bin auch mit dieser mit dieser Bühnenumsetzung wie ihr gesagt habt das stimmt halt einfach alles von dem von dem sparsamen Szenenbild von den von den Übergängen von dem von dem Flow den die haben das das geht ja jetzt hier zwei Stunden und 40 Minuten glaube ich das ist schon eine Lauflänge die hat es schon in sich aber dadurch also dass es es geht Schlag auf Schlag und es geht immer weiter es gibt mal ein paar ruhige Lieder zwischendurch aber sonst hat es ein gutes Tempo bei dem es eigentlich auch nicht langweilig langweilig wird und das in einem Film zu quetschen ist glaube ich auch nicht dass das gelingen würde was mir da halt aufgefallen ist ich glaube es wäre noch gewisse Dinge nicht zu übertragen wie zum Beispiel dass die Musik nicht nur von der Modernität halt natürlich irgendwas besonderes darstellt sondern dass auch Aspekte zum Beispiel von Hip-Hop wie Battle Rap plötzlich da angewandt werden können dass eben ein Disput zwischen zwei Politikern nicht einfach auf der Bühne mit krassen Gesangseinlagen ausgetragen wird sondern wirklich mit einem Battle Rap zum Beispiel zwischen Thomas Jefferson und Hamilton angeleitet von George Washington ich glaube das in einen Rahmen eines Films zu setzen wird ein bisschen schwierig ja mit Mike Drop und Iron ja genau und genau das führt mich auch noch weiter dass diese ganzen Songs was ich vorhin noch erwähnen wollte tatsächlich mal so einen kleinen Hintergrund haben der vielleicht nicht jeden gleich ersichtlich ist zum Beispiel dass die Songs von George dem Dritten es ist British Invasion ist im Endeffekt ja das Thema und es sind quasi Musikstücke im Stil der British Invasion und das sind alles Dinge die vielleicht dann nicht sofort auffallen aber die erklären dann zum Beispiel warum es so etwas wie ein Hamilton Wiki gibt weil es ungefähr 1000 Layer gibt durch die man dringen kann um zu verstehen wie viele Facetten dieses Stück hat und ich finde die sind auch alle da rüber gekommen es wirkt jetzt nicht wie ein billiger Mitschnitt sondern dafür dass es im Endeffekt keine Live Aufnahme ist wirkt das dann doch sehr lebendig und cineastisch ja also ich bin mir sicher Live wäre das nochmal mein vielfaches cooler was ja einfach allgemein alles ist aber dieser Mitschnitt hat ja sogar einen Preis gewonnen allgemein 2016 ja ja also irgendwie Bester Mitchell oder irgendwie bla 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 und ich denke das hier ist halt wirklich der perfekte Ersatz den wir für irgendeinen Film in dieser Art haben können denn ich meine ich hab zum Beispiel ich weiß nicht wusstet ihr da zum Beispiel dass es einen Cirque du Soleil Film gibt nein ich weiß nicht mehr wie der heißt aber das wurde inszeniert von Andrew Adamson Regisseur von Shrek und Narnia und produziert von James fucking Cameron okay und das Ding ist vollkommen untergegangen halt das wurde in 3D gefilmt und die packen da so eine Story mit rein und dieses Ding ich hab das Ding gesehen es hat nicht die geringste Wirkung weil du diese diese tollen Sachen kannst du nicht in irgendeiner Form dann einfach abfilmen mit Schnitten und so weiter und dann also so schön da irgendwie da diese Stunts und Kunststücke sind das wirkt nicht in keinster Weise wirkt das auf DVD und ich finde hier ist hier packen die so viel mehr Energie mit rein ich meine die Kamera macht jetzt nicht irgendwelche fancy Bewegungen aber du kriegst den Rhythmus mit du kriegst die Energie mit von den Darstellern das ist das Charisma was die alle haben und ich finde halt wirklich ja für diejenigen die sich nie dafür eine Karte leisten können ist das hier dann eben der super Ersatz und für die die das einfach schon mal in irgendeiner Form sehen wollten es wäre schön das auch im Kino zu sehen natürlich aber ich finde halt auch dass das eben der perfekte Ersatz ist für eine mögliche Filmadaption was mehr willst du hier eigentlich noch was wie inwiefern kannst du das hier noch in irgendeiner Form auffrischen mit irgendwelchen was weiß ich Special Effects oder anderen Stars in den Rollen oder was auch immer es wird halt nicht nur die Geschichte sondern auch die Essenz des Genres ziemlich gut rübergebracht also mir fällt jetzt zumindest kein direkter Vergleich ein mit einem Musical Film und das hat sich jetzt in Anführungszeichen weil es einfach wie gesagt eine Darstellung aus New York original ist die einfach Musical auch vom Vibe so gut rüber bringt wie das also man schaut sich das an und es ist einfach als würde man in diesem Saal sitzen und mitfiebern und es einfach auch so gut hinkriegen dass ich meine man muss ja auch wirklich festhalten das ist ja eigentlich ein sehr sehr trockenes Thema was da behandelt wird wenn man jetzt wenn man einfach die Geschichte anschaut ich meine ja klar da wird die Kindheit und die Jugend von Hamilton erzählt dass die nicht einfach war weinweise und so weiter wird immer wieder aufbereitet aber an sich es geht um politische Diskussionen es geht um die Finanzen es geht um das Bankensystem der USA aufgebrochen mit persönlichen Geschichten wie Affären Liebe irgendwelche persönlichen Verwerfungen die primär zwischen Burr und Hamilton stattfinden Burr ist der Vizepräsident Anfang des 19. Jahrhunderts Ende des 18. gewesen lebenslange Probleme miteinander gehabt also das wird noch reingespielt aber ganz generell mindestens die Hälfte des Musicals ist wenn man es einfach nur als Erklärung lesen würde ich glaube jeder würde sagen nee sorry ich glaube das ist echt nichts aber wenn man es dann gesehen hat es ist einfach unfassbar was mir dazu noch einfällt ich habe das gestern mit meiner Tochter gesehen das Ding ist ja eigentlich komplett auf Englisch also das muss man auch jetzt ich weiß nicht ob sie das ändern werden ob irgendwann Untertitel auf Deutsch hinzukommen werden aktuell nicht es ist auf Englisch englische Untertitel und ich habe ihr halt unentwegt immer erklärt was da gerade passiert also am Ende kann man trotzdem sagen bei einem Drei-Stunden-Stück hat sie vielleicht die Hälfte verstanden aber die Songs und der Vibe sind so bei ihr hängen geblieben sie kann nicht aufhören diese Songs mitzusummen und alles mögliche und das spricht einfach auch für die Qualität der ganzen Sache dass das einfach so für sich selber steht was auch zu einem führt dass sowas auch musikalisch dann eigene sagen wir mal Auswirkungen hatte wie das Hamilton Mixtape dass er auf Platz 1 der Billboard Charts gelandet ist mit Interpretationen von irgendwelchen anderen Musikern aber dass es so eine Wirkung hat dass ein Mensch der eigentlich nicht versteht was da gerade passiert oder was da gerade erzählt wird so gefangen wird von diesen Stücken dass das einfach auch ein 10-jähriges Mädchen überzeugen kann dass kein Englisch flüssig sprechen kann und das finde ich wirklich es spricht unglaublich für die Qualität des Stücks ich finde aber auch dass es allgemein die Macht von Musicals halt selbst wenn du als kennt Musicals auf Deutsch guckst oder wie auch immer ich finde das haben das machen auch viele Disney Musicals allgemein so gut Musicalfilme wo du da halt vielleicht verstehst du nicht unbedingt alles vom Text aber die Art und Weise wie es dann gefilmt ist und die Musik und wie die Sänger sind da verstehst du als Kind trotzdem die Emotionen also die erzählen einfach gute Musicals erzählen da die Geschichte so gut dadurch und du verstehst trotzdem einfach im Herzen was da passiert wenn du in irgendeiner Form einen Nerv für Musik hast und ich finde eben das ist die die große Power von Musicals dieser Art und hier ist das eben ganz genau du gehst da volle Kanne mit ich würde nämlich auch tatsächlich sagen das Ding ist eigentlich super Material für den Geschichtsunterricht ich bin mir sogar ziemlich sicher dass die das in Amerika in bestimmten Schulklassen hier und da gezeigt haben oder wie auch immer weil das hier wirklich das kann ich sogar bestätigen das hat nicht nur ein Hype generell unter der Jugend erstens für Musicals was gut ist sondern auch für Politik und Geschichte ausgelöst und wird ganz gerne dann auch von Geschichtslehrern mit aufgenommen also es gibt keine offiziellen Aufnahmen außer eben den Soundtrack den es eben auf einer Streamingplattform auf CD und Vinyl gibt also das heißt es gibt kein Videomaterial bis gestern aber es wird tatsächlich weitläufig in den USA verwendet also das ist auch wirklich machbar weil es wirklich alles also abgesehen von den Liebeleien und so weiter die man nicht eins zu eins so nachverfolgen kann aber politische Entscheidungen und Diskussionen die werden da wirklich sehr originalgetreu wiedergegeben zumindest warum diese Verwerfungen entstanden sind und eine Sache die ich noch anmerken wollte dass es eigentlich noch krasser ist als so Musicals die man ansonsten halt so von Andrew Lloyd Webber oder vor allem Disney Sachen obwohl das jetzt auf Disney Plus läuft weil dort ist ja das Prinzip eigentlich immer es gibt Gesprächsparts wenn die Emotionen größer werden fängt man an zu singen und wenn die nicht reichen kommt nochmal getanzen dazu und hier passiert das nicht es werden einzelne Satzfetzen vielleicht noch reingeworfen für Überleitungen aber das ganze Stück ist wirklich durchgehend Musik und es fließt wirklich perfekt ineinander über ohne dass man jetzt irgendwie dazwischen Dialog braucht der irgendwie groß hervorgehoben wird sondern es ist Stück für Stück für Stück aber die Geschichte fließt und das finde ich wirklich mega krass und das setzt es meiner Meinung nach sogar über Disney Musicals die eben diese andere Funktionsweise haben die ich gerade beschrieben habe damit es eben leichter verdaulich ist in Anführungszeichen und wenn man es schafft nur mit Musik Emotionen Story rüberzubringen dann hat man wirklich was richtig gemacht oh ja absolut sogar halt Schlachtenverläufe halt so Taktikbesprechungen und so weiter alles kommt musikalisch rüber und du kannst dem allen gut folgen die machen das alles wirklich clever und auch mit den geringsten Mitteln du hast nicht wirklich groß Special Effects bis auf Lichter und so weiter man hat auch nicht wirklich Requisiten zum Beispiel also manchmal schießt man einfach auch mit den Händen oder man gestikuliert so als würde man kämpfen nicht mal das aber durch die Musik und durch das alles was da drum passiert wirkt es eben trotzdem echt ja und ich denke mal in irgendeiner Form eine tatsächliche Filmadaption würde da vollkommen den Rhythmus zerstören oh wir brauchen die Cutaways zu dem und dem und wir müssen das in irgendeiner Form realistisch machen weil das finde ich eben auch so cool an Bühnenmusicals du du brauchst da nicht wirklich so einen gewissen Realismus weil du einfach diesen Live-Effekt hast und das Publikum kauft dir eben dann diese Dinge ab das ist eben das was Cat so gut gemacht hat auf der Bühne ergibt die Handlung wirklich Sinn nein aber du wirst trotzdem eben mitgerissen von dieser inneren Logik des Stücks und wenn du versuchst das irgendwie zu transferieren in einen Film wo du halt Charakterentwicklung brauchst und einen Flow und auch eine gewisse Logik dann klappt das so eben nicht und hier dann eben halt auch du denkst dir halt du hast da du hast da die Tanzeinlagen du hast da fließende Kostümwechsel du hast Lichteffekte und so weiter und diese unfassbar schnellen Szenenüberblendungen aber du bist einfach vollkommen drin und ich denke mal live funktioniert das noch um ein Vielfaches besser aber du kaufst ihm das einfach ab diese Logik wenn sie zwischendurch ja tatsächlich die vierte Wand durchbrechen und ab und zu dann mal was mit dem Publikum rein da gibt es so eine gewisse Anekdote mit einer Katze und dann lehnt sich so himmelnden rein that one's true und er ist auch echt humorvoll muss ich sagen ja es gibt einige wirklich gute Lacher halt seit es nun bestimmte Performances oder gewisse Liederzeilen ja König George ich finde ihn so klasse ja und ich muss halt sagen dass diese ganzen Dinge die er gerade angesprochen hat eben die Interaktion und dieses Gefühl was da rüber gebracht wird also ich habe ja quasi den direkten Vergleich zu der Bühnenversion von letzten Jahren natürlich mit einem anderen Cast aber die Qualität bleibt bestehen ich glaube für diese Größe eines Musicals engagieren sie jetzt keine halben Amateure und es ist wirklich so dass als ich den Film gesehen habe es war wirklich wie so ein kleines Déjà-vu aus New York also und das heißt schon was also man erinnert sich oftmals an Dinge und erinnert sie sich vielleicht anders als sie dann gewesen sind und hat da ein bisschen Nostalgie aber das ist wirklich so gut rüber gebracht worden also das was man vielleicht beim Gucken vom Fernseher also zumindest in meinem Fall war das dann so ich habe mich wirklich eins zu eins einfach am Broadway und natürlich ist es da intensiver und natürlich ist es ein ganz anderes krasses Gefühl aber sie haben es trotzdem geschafft so diese Energie von der Bühne sagen wir doch irgendwo durch den Bildschirm raus zu jagen total also da kann ich absolut nur zu bestimmen gibt es noch irgendwelche weiß nicht wollt ihr sozusagen zu so einer Art Fazit kommen und dann dann eure abschließende Gedanken damit einbauen oder habt ihr noch irgendwie was wichtiges zu sagen vorher ich glaube bezüglich der Zielgruppe wäre es vielleicht wichtig zu wissen wen man da vielleicht anspricht und da glaube ich ich weiß nicht wie historisch sagen wir mal ja fit ihr seid und wie oft ihr Musicals generell angeschaut habt aber ich habe das Gefühl dass man zumindest eine gewisse Basis an Verständnis für Politik braucht beziehungsweise oberflächliches Wissen um die US-Geschichte ich glaube man kann das trotzdem genießen aber ich würde wirklich jedem empfehlen sich vielleicht vorher leicht anzulesen wer Hamilton war das reicht glaube ich ein Wikipedia-Artikel und man muss auch offen für moderne Interpretationen sein ich glaube tatsächlich wenn man von Musicals spricht und das ist das warum ich vorher nachgesetzt habe nachdem ich erklärt habe worum es geht es ist eine sehr moderne Version eines Musicals und das ist nicht nur wegen der sehr modernen Musik die auch nichts an Klischees in sich trägt sondern es ist einfach nicht Andrew Lloyd Webber das heißt wenn man sich eben auf Cats mit historischer Verkleidung freut nein also und das finde ich muss man dann schon betonen also man sollte sich darauf einlassen und wenn man ein Abo bei Disney Plus hat zahlt man ja nicht extra also dementsprechend go for it aber man muss auf jeden Fall im Hinterkopf behalten es ist ein historisches Thema und es ist sehr modern aber ich glaube wenn man mit beiden sich anfreunden kann nein ich muss auch sagen ich wie gesagt so in der amerikanischen Geschichte stecke ich jetzt auch nicht so tief drin das hatten wir auch vorhin am Anfang schon mal erwähnt ich hatte auch nebenbei so ein bisschen auch so den Wikipedia Artikel da oder hab da mal kurz was nachgelesen was jetzt diese Figur von Orale hatte oder so aber ansonsten stimme ich dazu was du gesagt hast ja es ist halt eben man muss so ein gewisses Ohr mitbringen für diese Art von Musikgenre aber ich weiß nicht genau inwiefern wirklich denn ich bin nicht wirklich jetzt ein Riesenfan von Rap oder Hip-Hop und so weiter und ich konnte zum Beispiel so etwas wie 8 Mile trotzdem gut gucken obwohl ich da wirklich nicht in dieser Musikszene drin bin aber mir gefiel der Film einfach als Film und wurde da mitgerissen emotional und ich gucke eben sehr gerne die Epic Rap Battles und so weiter aber zum Beispiel einer meiner Brüder kann Rap nicht ausstehen absolut nicht und deshalb weiß ich nicht genau wie er da zu Hamilton stehen würde denn er hat eine Theater- und Musical-Ausbildung und so weiter ich denke mal er hat garantiert schon mal von dem Stück gehört aber ich weiß nicht wie er dazu steht wäre vielleicht ganz interessant ihn mal zu fragen und ihn vielleicht tatsächlich mal einzuladen zu sagen ey komm auf meinen Disney Plus Account mal gucken was du von diesem Musical hältst ich bin mir ziemlich sicher er hat schon mal irgendwas davon gesehen und gehört aber ich habe ihn glaube ich noch nie danach gefragt wäre mal interessant das wäre wirklich interessant ich meine ich spreche als jemand der tatsächlich ich bin Metalhead all the way aber das Ding ist halt wie ich schon vorhin erwähnt habe es ist ja auch wirklich ein Tool es ist eine Erzählung man wird halt nicht weggerissen durch gewisse Stimmeinlagen sondern man hört eine Geschichte im Endeffekt zu die trotzdem emotional vorgetragen wird und da denke ich gibt es kein besseres Genre als Hip-Hop einfach um ein Narrativ aufzustellen oh ja eben genau und das ist halt nicht dieses dieser vulgär Rap und so weiter es ist wie gesagt es ist kein Klischee Hip-Hop einfach als Genre aber es ist kein Subgenre wie Gangster Rap wo es irgendwie um Profilierung oder sonst irgendwas geht ja genau sondern man darf einfach man da muss sich einfach losreißen von diesem Klischee Bild des Hip-Hop und sich einfach mal einlassen darauf was es eigentlich im Kern ist es ist Sprechgesang es ist eine genuin schwarze Musikrichtung die dann auch durch die Darsteller auch so transportiert wird und wenn man einfach mit offenen Ohren und Augen rangeht dann kann es einem höchstens vielleicht einfach nicht gefallen weil einfach die Story nicht gefällt oder was weiß ich was aber man kann dem Ganzen die Qualität einfach nicht absprechen ne absolut nicht das hast du richtig schön gesagt dann würde ich mal sagen kommen wir doch einser zum Fazit Paul fangen du doch an ja gerne was vergeben wir denn oh Gott Tony Awards ich weiß Tony Awards oh Gott ne ich weiß nicht wie wäre es mit wie wäre es mit Puderperücken ich muss da glaube ich an dieser Stelle muss ich so quasi zwei verschiedene Dinge bewerten einmal das Musical an sich und einmal das was ich jetzt auf Disney Plus gesehen habe weil ich fand tatsächlich dieser Mitschnitt der hatte für mich zu viele Schnitte oder der hat mich teilweise manchmal wirklich aus der Atmosphäre rausgerissen das war jetzt es ist jetzt nicht total schlimm oder das ist jetzt du kannst natürlich kannst du dir das angucken es ruiniert jetzt nichts aber manchmal hätte ich mir gedacht das hätte ich nicht unbedingt so detailliert oder so viel hin und her gebraucht weil ich das einfach als Bühnenerlebnis an sich gerne gesehen hätte da hätte mir auch eine oder zwei Kamera weniger gereicht dem Musical an sich würde ich keine Ahnung die vollen Puderperücken geben weil ich das einfach ganz große Klasse finde weil ich die Musik mag weil ich die Charaktere toll finde die Schauspieler die Umsetzung alles was auf dieser Bühne geschieht dieser Umsetzung jetzt oder dieser diesen Mitschnitt den es jetzt zu sehen gibt dem würde ich aber noch vier von fünf Puderperücken geben wie man wahrscheinlich von meinen Gereden der letzten halben Stunde mitbekommen hat bin ich sehr begeistert und würde natürlich die vollen fünf Puderperücken einfach geben weil es ist ein Must-See für jeden Musical-Fan oder der es noch werden möchte weil ich denke es ist auch etwas was Menschen anschauen können die Musicals generell eher skeptisch gegenüberstehen weil sie immer diese Klischees im Hinterkopf haben und da wird plötzlich gezeigt wie etwas funktionieren kann was außerhalb von Cats einfach da ist genauso wie es andere besondere Musicals wie The Book of Mormon zum Beispiel gibt das auch vielleicht nicht jedem was sagt aber man sieht es ist einfach eine Kunstform die Geschichten erzählen kann auf ganz ganz unterschiedliche Art und Weise und da zeigt man einfach es ist mehr als krasse Gesangsleistungen und eine kitschige Geschichte sondern es ist wirklich es hat Tiefe es hat Qualität es hat einfach alles was zur Unterhaltung einfach was es dafür braucht also dementsprechend go for it wenn ihr Disney Plus habt oder jemanden wo ihr euch durchschnurren könnt fragt nur vielleicht für diesen einen Abend für Hamilton ihr werdet das niemals bereuen dem kann ich so größtenteils zustimmen ich würde für das Gesamtpaket 4,5 von 5 Bruderperücken geben einfach weil mir persönlich als dieser charakteraffine Typ eben da so ein bisschen die Entwicklung gefehlt hat aber ich glaube wenn ich es noch ein weiteres Mal sehe was ich dann spätestens garantiert mit Familienmitgliedern oder Bruder machen werde der auch ein Familienmitglied ist entschuldige bitte dann würde sich der Garantin was ändern da würde ich auf andere Dinge achten weil ich hier natürlich auch so ein bisschen ohne das historische Wissen teilweise etwas aufgeschmissen war aber es hat halt geholfen dass ich nebenbei so einen Wikipedia Artikel dann zur Hand hatte und dann so gedacht habe okay gut ah ja verstehe gut halt für Leute die ich denke mal dieses Musical ist halt natürlich für Amerikaner die so etwas in der Schule beigebracht kriegen ist das noch eben mein Vielfaches interessanter und frischer und wichtiger weil es eben halt Teil ihrer Geschichte ist für uns Außenstehende aber war es ebenso mitreisend und informativ also ich habe da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen zu dem was wie ihr schon gesagt habt ich wurde super unterhalten ja vergebe für das gesamte Paket 4,5 von 5 ich stimme zu ab und zu hätten es vielleicht ein paar mehr White Shots einfach sein können ungebrochene aber das hat dem allen keinen Abbruch getan ich wurde durchweg unterhalten und fand es richtig cool und für alle da draußen würde ich wirklich sagen wenn ihr den Account habt oder jemanden kennt der den Account hat und ihr ein bisschen Zeit mitbringt nutzt das lohnt sich dann würde ich sagen no longer we are not throwing away our shot und verabschieden uns hiermit ganz herzlich wir hoffen unsere kleine Verspreche Verspreche unsere kleine unsere kleine Besprechung hat euch gefallen viel viel Spaß mit diesem Ding wir sehen uns bald und damit würde ich sagen ihr könnt euch verabschieden und damit sagen wir tschüss bis zum nächsten Mal liebe Leute und vergesst nicht zu liken zu kommentieren und uns weiter zu empfehlen bis dann auf wiedersehen ciao hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Scooby voll verwedelt glaube ich also ein Film der sich scheinbar um Scooby Do dreht und auch die Mystery Inc also seine ganzen Freunde einen Film den ich nicht alleine besprechen möchte dafür habe ich mir den Mann mit der längsten Zunge der Redaktion rausgeholt moin sind Andi guten Morgen stimmt es eigentlich hast du eine sehr lange Zunge ne deswegen war ich auch kurz verwirrt aber ich habe den Seitenheb dann auf den Hund glaube ich schon verstanden ich war trotzdem kurz verwirrt ist auch sehr früh also vormittags haben wir noch nie aufgenommen glaube ich voll lustig oder kein Plan jetzt kommt der nämlich glaube ich sogar ins Kino dieser Film über Scooby Do und in den Staaten kam der glaube ich direkt Video On Demand und ist ein Animationsfilm der also wirklich relativ schlechte Kritiken auch abkriegt was ich tatsächlich nicht verstehen kann ja wir haben den jetzt beide gesehen und du erzählst uns einfach mal worum es geht wie ist es bei dir wenn ich noch fragen darf kurz bist du großer Scooby Do Fan oder kennst du dich da aus du also ich habe halt früher diese Serie gesehen die lief wahrscheinlich in irgendeinem guten Morgen Frühstücksprogramm in irgendeinem Sender und dann habe ich da ich glaube aus den 60ern oder so war die ja also es ist schon ganz schön Flower Power alles die Serie kenne ich aber ich habe weder die x Filme die es danach gab noch gesehen noch habe ich da großartig dann noch weitere Serien die es gab verfolgt es gibt ja glaube ich noch was mit einem Mini Scooby seinem Sohn oder Bruder oder was auch immer das kenne ich alles nicht wirklich ne ja mir geht es da nämlich ähnlich deswegen hier schon mal Entschuldigung an die Hardcore Scooby Doo Fans falls ich hier irgendwas verplane oder verwechsel oder so ich habe das auch damals mal gesehen aber ich war jetzt nie der größte Fan deswegen was diese Charaktere und die Mystery Inc und so angeht da war ich jetzt echt relativ unvorbereitet aber ich versuche es trotzdem mal diese recht komplexe Handlung zusammenzufassen also was glaube ich bei dem Film ein No-Boom ist ist dass wir sehen wie Shaggy Scooby in seiner Kindheit kennenlernt also wir haben die glaube ich bisher immer nur als Erwachsene oder als Teenager zumindest gesehen aber jetzt hier in den ersten Minuten des Films Scoop oder Scooby treffen sich Shaggy und Scooby am Strand von Venice Beach und befreunden sich und ja ganz klassisch eigentlich beides so ein bisschen Außenseiter der eine klaut Dönerspieße der andere hat keine Freunde und deswegen freunden sie sich an naja ach und sie treffen dann auch noch in dieser Kindheit dann eben wie heißen sie alle Daphne Fred Wellmer mit denen sie später diese Mystery Inc aufmachen und sie haben auch schon in ihrer Kindheit das erste Abenteuer mit einem vermeintlichen Geist und so weiter dann gibt es aber einen Zeitsprung sie haben die Mystery Inc gegründet und nachdem sie viele dieser Abenteuer die wir in den Zeichentrickserien eventuell gesehen haben dann durchgestanden haben wird diese Mystery Inc irgendwie aufgesplittet oder wie sagt man outgesourced nee falsches Wort es kommt auf jeden Fall irgend so ein Typ der sagt Scooby und Shaggy haben eigentlich nichts beizutragen die sind eigentlich nur dumm und machen Quatsch deswegen werden die dann sozusagen outgesourced das habe ich gemeint also das Team wird getrennt auf jeden Fall kommt dann irgendein böser Superschurke der Scooby entführt weil Scooby ist anscheinend Teil einer uralten Prophezeiung oder so und dann müssen die sich irgendwie wieder zusammenraufen und mit noch irgendeinem Superhelden namens Blue Falcon und dessen Hund viel passiert viel passiert wirklich es ist wirklich so viel drin also wirklich also wir haben noch Dinos wir haben noch Steinzeitkram wir haben auf jeden Fall so Egyptkram also im Sinne von hier Ancient Egyptkram das könnte auch letztlich Stargate sein also es fehlen eigentlich nur noch Zombies und Aliens aber wir haben wir haben Kampfroboter wir haben so ein Steampunkbösewicht es ist echt alles drin in diesem Film es ist eine ganze Menge ja und wir haben diesen dreiköpfigen Höllenhund diesen Cerberus heißt er glaube ich der das Tor der Hölle beschützt und so also da geht es schon ganz schön ab ja definitiv es ist auch ein bisschen überfordert es ist laut es ist viel es ist bunt ich muss aber sagen man kommt schon gut mit also innerhalb kürzester Zeit passiert wahnsinnig viel Schlag auf Schlag aber es ist noch lang nicht auf dem Level wie zum Beispiel Trolls World Tour den wir hier auch vor kurzem besprochen haben der war wirklich Dauerreizüberflutung keine Ahnung zwei Stunden am Stück bei dem hier der gönnt sich auch hin und wieder mal kurze Verschnaufpausen ja ich fand es schon auch ziemlich aufgedreht und ziemlich schnell und so und ziemlich knallig da haben wir auch schon wir haben über einen anderen Film mal gequatscht Adventureland hieß der oder so äh nicht Adventureland egal Wonderland und da hatten wir auch öfter an Kritik an modernen Kinderfilmen dass wir immer das Gefühl haben so warum werden die Kinder da so voll geballert und so und irgendwie alles auf auf elf gedreht und immer alles so schnell und laut und so aber ich wie gesagt ich kann schon mal vorwegnehmen ich fand den Film auch gut obwohl eben da ganz viele Sachen zutreffen die ich bei anderen Kinderfilmen in letzter Zeit kritisiert habe ich kann es auch nicht genau beschreiben weil ich mit den Charakteren jetzt ja eigentlich eben nicht gerade so eine so eine spezielle Bindung habe weil ich kein Fan davon bin aber irgendwie fand ich die alle sympathisch nett und irgendwie hatte ich trotzdem Spaß obwohl eben es ein sehr modernes Update ist was ich zum Beispiel letztens bei diesem Wikifilm noch kritisiert habe weil das ist ja ähnlich du nimmst so eine alte Zeichentricksendung und gibst dem halt einfach so einen 2020er CGI und dann auch noch mit so moderner Musik und so also einfach so ein wie nennt man das Generalüberholung für die neue Jugend aber hier hat es irgendwie geklappt definitiv ja definitiv ich bin auch eigentlich ganz angetan ich kenne die Kritiken die negativen im Detail nicht ich kann mir halt nur vorstellen dass man halt aus Sicht eines Hardcore-Fans hier ein bisschen enttäuscht wird also das ist natürlich schon ein Film der wirklich einen schmalen Grad gehen muss wir haben natürlich auf der einen Seite diese Altfans ich habe gerade gesehen die Serie ist damals 1969 gestartet also wirklich eine ganz andere Generation die sich dann mit Scooby-Doo letztlich auch beschäftigt hat und den kennen und lieben gelernt hat und jetzt natürlich ein Film der diese Generation einfach nicht mehr anspricht die sind jetzt wenn überhaupt die Eltern oder vielleicht sogar schon die Großelterngeneration dieses dieser neuen Zielgruppe die sich natürlich auf Kinder richtet da muss viel modernes Zeug drin sein da es muss natürlich schnell bunt laut und krass sein irgendwie auch es ist auch tatsächlich finde ich ja gut auch überraschend cartoonig in manchen Fällen noch also gerade so Slapstick oder ein Auto das ein 180 Grad U-Turn hinlegt irgendwie und dann dann irgendwie keine Ahnung da bewegt sich das alles ganz cool das ist spannend animiert aber halt wirklich eine ganz interessante und sicherlich auch riskante Mischung aus alten Elementen eben dieses cartoonige und generell zum Beispiel auch die Farben die Klamotten und was du nicht gesehen das ganze Blümchen Zeug bis hin dann eben zu den ganzen diversen modernen Aspekten die wirklich sich vielleicht nicht unbedingt vertragen wenn man halt feste Vorstellungen davon hat was man eigentlich sehen will Ja weil du es gerade angesprochen hast das cartoonige das fand ich auch schön umgesetzt obwohl es eben so CGI ist aber ich fand den Look eigentlich ganz cool der war noch nah dran an diesem Zeichentrick und es gab diese einzelnen Szenen an die konnte ich mich dann wieder erinnern zum Beispiel dass doch immer der Shaggy dem Scooby auf den Arm springt oder der Scooby dem Shaggy wenn sich halt einer fürchtet oder so also das ist ja auch so eine ikonische sagen wir mal Szene aus diesen alten Cartoons wenn der eine ängstlich dem anderen so in die Arme springt und das passiert hier dann auch und das sah eigentlich immer ganz ja ganz charmant aus vom Stil her also dieser Animationsstil finde ich hat gut gepasst der war mir nicht zu geschleckt oder nicht zu zu weiß ich nicht es gibt ja unendlich viele Animationsarten und so aber hier der war jetzt nicht auf Toy Story 4 weiß ich nicht Pixar Level aber ich fand den nicht nicht schlecht also er war schon es war schon gut animiert es gab auch schöne Sets und schöne Action Szenen die echt aufwendig waren also wenn ich an diese Jahrmarkt Szene denke gab es eine so zum Beispiel da geht es schon echt rund also ich habe mir den hier so auf dem Heimkimo Dings angeschaut und ich glaube der macht im Kino schon richtig Spaß also da geht es schon ab auch aber es war mir nicht zu nicht zu abgespaced ja gerade auf die Settings habe ich versucht ein bisschen zu achten und insgesamt stimme ich dir schon zu das war alles ganz gut der Fokus liegt aber klar am Vordergrund auf den Figuren auf dem was sie in der Hand haben wenn man sich beispielsweise mal das Raumschiff des Superhelden auf dem wir gelegentlich sind anschaut das ist natürlich relativ steril das soll es vielleicht auch sein weil es halt irgend so eine Art fliegendes Mothership ist oder so aber das sind einfach nur Flächen und sehr spartanisch animiert alles vorne flackert ein bisschen was weil da einer auf so einem Motorrad sitzt mit dem sie das Flugzeug reitet aber im Wesentlichen ist das schon minimalistisch und auch eine spätere Kampfszene da sind wir in so einer Art Kolosseum mit vielen Personen da drin und dann gibt es da so einen Kampf und so das ist auch innerhalb kürzester Zeit übrigens auch befüllt man kann gar nicht so schnell gucken wie das von komplett leer auf komplett voll wechselt und dann hast du halt wirklich wenn du da mal guckst das ist halt wirklich eine einfache Bitmap oben am Himmel und dann gibt es mal einen Schwenk und so also die Hintergründe die hätten vielleicht im Detail noch irgendwie was reißen oder einfach noch hätte man da noch mehr machen können aber ich will das ja nicht überbewerten also insgesamt fällt das überhaupt nicht auf da liegt nicht der Fokus drauf ich will nur sagen wenn man sucht dann kann man da schon noch Punkte finden wo man was machen kann gerade eben auch weil der Film und da bin ich mir halt so nicht ganz sicher ja in den Staaten direkt Direct-to-DVD beziehungsweise eben Video-on-Demand erschienen ist ob der von Anfang an so fürs Kino produziert war weiß ich eben gar nicht ja ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen aber ich kann es mir schon vorstellen dass der jetzt halt eben nicht das Riesenbudget hatte eben wie so ein Pixar-Film wo alles ins letzte Detail ausgearbeitet wird was mir gerade noch eingefallen ist was ich ganz lustig fand dieser Bösewicht der Scooby dann entführt der hieß ja ich habe hier gerade den Namen aufgemacht Dick Dastardly und kennst du kanntest du zum Beispiel diesen Hund der später noch vorkommt dieser auf Englisch hieß der Mudlay aber auf Deutsch heißt der Meutrich ich habe das ich habe den gesehen ich kenne den irgendwo das ist irgendwo ein böser Hund aus irgendeinem Trickfilm den ich kenne genau mit dieser obergeilen Lache und ich habe die ganze Zeit überlegt und dann ist es mir irgendwann gekommen jetzt habe ich nochmal ein bisschen recherchiert das war die Sendung hier auch alte Zeichentrick-Sendung fliegende Männer in tollkühnen Kisten wo die die ganze Zeit so eine komische Taube jagen und das fand ich total strange und ich werde da auch nochmal ein bisschen recherchieren inwieweit das mit Scooby-Doo zu tun hat oder ob das eine komplett andere Serie war und die dann einfach so ein Crossover gemacht haben weil das fand ich auch witzig an dem Film und auch dieser komische Dino-Hund dieser Roboter-Hund von dem Falcon oder wie heißt Blue Falcon der kam mir auch bekannt vor ich glaube da gab es auch eine Zeichentrick-Serie oder so also es war irgendeine Art Mesh-Up hatte ich das Gefühl aus mehreren ganz komisch aber wie gesagt ich könnte es mir gut vorstellen ist ja alles Warner Warner Animations in dem Fall und das wäre schon denkbar ich weiß es nicht so genau aber ich meine es ist ja gar nicht schlecht wenn man Figuren weiter benutzen möchte und vielleicht wurde da übel irgendwann nochmal HBO Max ein bisschen pushen da könnte ich mir das wobei HBO Max wird es nicht werden glaube ich dafür ist es zu jung aber die Warner ist es schon dabei auch die eigenen Marken jetzt gerade noch ein bisschen sag ich mal präsenter und moderner zu gestalten Ja mich hat es wie gesagt auf jeden Fall gefreut es war so ein kleiner ja worauf die natürlich auch abzielen aber für mich war das so ein kleiner Nostalgie-Funke Regisseur war übrigens Tony Servon oder so wird der wahrscheinlich ausgesprochen da bin ich ja absolut der Richtige für genau den Job und der hat jetzt schon auch andere Sachen gemacht der hat noch andere Scooby-Doo-Videos gemacht für Tom & Jerry und die Flintstones hat er schon Sachen gemacht der ist also direkt aus diesem Warner House und hat da schon viel für die gemacht also quasi ein erfahrener Recke der Scooby-Doo-Welt Ja und der Cast haben wir auch noch gar nicht gesagt also im Englischen wir haben ihn ja auf Englisch gesehen im Original ist er zumindest auch sehr namhaft wer jetzt in Deutsch spricht keine Ahnung aber hier im Englischen sind unter anderem Mark Wahlberg Jason Isaac Zac Efron Amanda Seyfried und so also es sind alles Namen die man kennt was ja auch wieder dafür spricht dass es jetzt nicht so ein TV-Ableger sein sollte sondern schon ein bisschen was dahinter steckt Ja das stimmt auf jeden Fall was sie dann im Animationsbereich in den Hintergründen vielleicht nicht ganz durchgezogen haben aber wie gesagt ist schon ist schon kein wie sagt man ja genau ihr wisst was ich meine Ja also es ist ein Film zu dem wir glaube ich jetzt schon viel gesagt haben wir könnten jetzt noch ins Detail gehen und sowas wie die Handlung auseinandernehmen aber ganz ehrlich der Film ist halt so aufgebaut dass mega viel passiert nacheinander man kommt schon mit es ist nicht so dass man absolut nicht weiß was da gerade los ist und es geht auch glaube ich gar nicht so darum diese Transition zu schaffen zwischen einzelnen Szenen sondern einfach so da mal so ein bisschen hinlehnt angucken und genießen und so ein paar Minuten davon habe ich auch mit meinem Nachwuchs geguckt und die war ganz angetan und wollte auch weiter gucken insofern ist es glaube ich schon genau das was es sein soll ich fand ihn hübsch es ist natürlich manchmal auch einfach total blöd und blödel Humor aber das soll es halt auch sein und zum Beispiel auch Leute von früher werden das wiedererkennen am Ende einer Folge wurde dann von der Mystery Inc der Bösewicht das Monster quasi entlarvt und dann wird dem Bösewicht quasi die Maske abgezogen und dann weiß man ach der war es weil das war immer so und stimmt genau jetzt ergibt ja alles Sinn und so das fand ich ganz cool dann auch Maske unter der Maske unter der Maske Momente haben wir dabei das ist ganz cool ich persönlich fand es auch ganz cool gerade in der allerersten Szene wo sich die Mystery Inc erstmalig kennenlernt werden alle Figuren so ein bisschen vorgestellt und die Schlaue die Wilma oder Wellma oder wie die heißt die ist da ist gerade Hollywood ist gerade Halloween und sie ist verkleidet als Rose wie heißt die Rose also Ginsberg diese Richterin ist das glaube ich diese US-amerikanische die so also sehr also als Vorbild für viele Frauen einfach auch gilt das ist total cool sowas so moderne Dinge die hat ja wirklich in den letzten Jahren auch sag ich mal nochmal einen Hype erfahren dass sowas hier mit drin ist gefällt mir doch letztlich sehr gut und ich weiß nicht ich kann den Film also ich kann da ist auch nichts drin was mich stört da ist nichts drin was mich krass negativ überrascht ich kann mir einfach nicht erklären wo man die Probleme jetzt hier sieht ich finde die schon wenn dann überhaupt ziemlich zusammen konstruiert ja was du gerade noch angesprochen hast mit dieser Verkleidung und so das ist eben ganz cool dass ich bei dem Film auch öfter das Gefühl hatte dass da auch Jokes drin sind die dann halt dieses klassische so okay die Eltern gehen mit ihren Kindern ins Kino und die Kinder lachen halt über viel Slapstick und über Explosionen und freuen sich über das Abenteuer so aber es sind auch Jokes drin für die Eltern dann also das zum Beispiel oder dann waren da auch viele solche ja Popkulturen also da kennst du dieser Netflix Joke den kenn ich noch aus dem Trailer jetzt hab ich noch mal geschaut aber so von wegen dass der Bösewicht das und das schon geklaut hat und den Netflix Account seiner Mutter mitbenutzt ohne zu zahlen und so keine Ahnung also solche Jokes fand ich schon immer dann auch da musste ich dann auch schon öfter mal schmunzeln das fand ich ganz nett dass halt eben nicht nur Kinderhumor sondern auch so ein bisschen moderner Popkultur Jokes eingestreut sind aber irgendwie nett und charmant nicht blöd ich weiß glaube ich was das Problem ist weil du auch gerade nochmal die Anfangsszene angesprochen hast und diese Entmaskierungsszenen ich glaube Scooby-Doo war immer so ein bisschen kleiner einfach also diese Gruselgeschichten die sich dann doch immer rausgestellt haben dass sie doch eigentlich nur irgendwelche Bösewichte mit Maske waren so wie eben in diesem Flashback am Anfang des Films und ich glaube da hatten eventuell ein paar Leute ein Problem damit dass halt dann einfach die Proportionen so aufgeblasen werden dann hast du Superhelden dann hast du ein Höllentor und den riesen dreiköpfigen Kötern und so dass das einfach so ein bisschen zu episch ist vielleicht weil das Problem hatte ich mit Wiki weil bei einem Wiki-Film zum Beispiel hast du dann auch Odin-Tor und riesen Götter Gefechte und so da dachte ich auch immer so hey irgendwie passt das nicht zu dem Wiki den ich als Kind gesehen habe aber hier hat es mich jetzt wie gesagt nicht gestört weil ich vielleicht Scooby-Doo nicht so gut kenne könnte ich mir nur vorstellen dass dieses diese Epicness einfach vielleicht nicht zu Scooby-Doo passt aber mich hat es nicht gestört wie gesagt ja tatsächlich ist einfach auch ist einfach was Neues ist vielleicht der Schritt in die Neuzeit ob das dem Ganzen gut tut oder nicht kann ich an der Stelle nicht beurteilen als jemand der da nicht so involviert ist fand ich ganz nett ich hatte meinen Spaß achso jetzt wollte ich nicht das Fazit das war ja quasi eigentlich mein Fazit letztlich auch schon insofern gib doch mal deins ab und vielleicht noch eine Punktevergabe dazu genau also das was ich jetzt gerade gesagt habe und meine Punktevergabe wäre deswegen drei von fünf wie gesagt das ist kein Meisterwerk aber ich hatte echt das dauert ja eineinhalb Stunden oder so ich hatte voll Spaß also es war kurzweilig teilweise ein bisschen drüber und ein bisschen schnell aber geht schon passt schon also ich würde ich würde ihn mir nochmal anschauen mit irgendwie einer Runde die Bock auf sowas hat ja definitiv schließe ich mich an und würde auch diesen drei von fünf keine Ahnung ja Punkten halt meinetwegen der Langweiligkeit halber auch rauskommen und da haben wir es gepackt Andi vielen Dank ja gerne hat mich gefreut mal wieder einen schönen Kinderfilm zu sehen der mir dann doch gefallen hat sehr schön super gut Arrivederci und bis zum nächsten Mal ciao tschö so hallo liebe Freunde heute hier beim Telestammtisch wollen wir euch eine kleine Serie näher bringen die ihr derzeit bei Sky gucken könnt wenn ihr Sky habt dann ist sie inkludiert wenn ihr Sky Ticket habt ist sie auch streambar in Auftrag gegeben wurde das Ganze von HBO und es handelt sich um Avenue 5 die neue Serie des Italieners Armando Iannucci der Name sagt uns wahrscheinlich allen eher nicht so viel aber wenn man dann sagt er ist verantwortlich für die amerikanische Serie Weep dann klingelt's dann kann man sich auch ungefähr denken welche Art von Humor hier zu erwarten ist ich mach das Ganze nicht alleine ich bin der Mo und bei mir ist am anderen Ende der Patrick hallo Patrick hi oder ahoy ahoy finde ich gut genau das passt zum Thema Avenue 5 kurz zusammengefasst was sehen wir hier magst du uns das erzählen ja es geht hier quasi um so einen Luxusdampfer im All der gerät plötzlich in Komplikationen und diese diese traumschiffartige Reise die im Prinzip nur ein paar Wochen dauern sollte soll jetzt einige Jahre dauern es gefällt natürlich dann weder den Leuten an Bord also weder diesen Gästen noch dem Personal deswegen versuchen sie jetzt irgendwie eine Lösung zu finden und dabei kommt eben raus dass so ziemlich jeder an Bord absolut inkompetent ist was nochmal für weitere Katastrophen sorgt ganz genau ich hab mir das mal so notiert so weit es geht könnte man sagen ist das das Traumschiff im All und alles geht schief und was tun 5000 Leute wenn am Buffet tatsächlich mal die Schrimps aus sind wir sehen hier einen großartigen Cast der wirklich auf Comedy ausgelegt ist ich bin kein großer Freund von diesem Name Dropping dann versuchen die Leute sich immer zu erinnern wer ist dies wer ist das aber wenn man sagt Hugh Laurie dann weiß man das schon wo er mitgespielt hat denn das ist Dr. House und der ist immer für eine krumme Komödie zu haben wir haben hier Josh Gate als zweiten Hauptakteur der einen durchgeknallten Billionär spielt dem das Ganze auch gehört das Schiff sowie auch so eine ganze Reisegruppe wir haben Rebecca Front als Comedy-Urgestein die ja schon sehr sehr lange im Business ist und für mich neu Lenora Cricklow ich hoffe ich spreche das richtig aus ich weiß es nicht die wir in Morbius wiedersehen werden nächstes Jahr sollte der Film rauskommen kanntest du die die spielt ja die Bill McAvoy ne die kannte ich nicht aber wir haben hier noch ein weiteres nicht Comedy-Urgestein aber er setzt sich langsam auch so ein bisschen durch Zach Woods den wir auch aus Silicon Valley kennen könnten stimmt stimmt und seine Rolle auch super schräg super schräg und natürlich auch wieder überfordert also er ist so ein bisschen der überforderte PR Heini an Bord und bei mir kam nicht so der Vergleich Traumschiff im All sondern eher so ein bisschen so die verrückte Reise in einem Flugzeug ja kann ich gut verstehen genau ja sehr gut nur nicht ganz so abgedreht und Lou Lurie hat jetzt nicht nur durch Dr. House seine Comedy-Erfahrung der hat früher mit Ron Atkinson und Stephen Fry auch schon einiges an britischer Comedy gemacht also der ist da schon sehr bewandert was das angeht und man spielt hier auch bei ihm gekonnt damit dass er jetzt so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und sie machen sich auch immer wieder über ihn lustig ja so dein Ruhm der fängt jetzt so langsam an zu verblassen deine Tricks funktionieren nicht mehr so wie früher er kriegt halt permanent so ein bisschen eins auf den Deckel genau aber das Ganze ist super witzig verpackt so finde ich zumindest wir haben ja eine Staffel neun Folgen die sind immer so knapp eine halbe Stunde lang also es ist wirklich leicht zu konsumieren finde ich das Ganze die Prämisse hast du ja schon ganz gut zusammengefasst wir haben hier einmal einen Gravitationsausfall und der führt dazu dass eben das Traumschiff wie der Willen ein paar Grad vom Kurs abkommt und im All hat das natürlich größere Auswirkungen und so soll das Ganze dann eben drei Jahre dauern leider hast du auch schon gesagt ist das Ganze auf dem Schiff fake denn der Kapitän ist kein Kapitän sondern ein richtig abgehalfterter Schauspieler der hier einfach einen Job angenommen hat ergo ist er nicht dazu in der Lage die Leute bei Stange zu halten außer Platten Sprüchen kommt da nicht viel und selbst wenn sie mal eine gute Idee haben dann sorgt auf jeden Fall der durchgeknallte Billionär dafür dass es alles schief geht wie hast du dich denn hast du dich amüsiert dabei hast du das gern geguckt ich bin ja noch nicht fertig aber mir macht Spaß ich finde es auch von der Lauflänge genau richtig so 30 Minuten da können keine Längen aufkommen das guckt man dann wenn man abschalten will und eben leicht berieselt werden will da darf man keinen Anspruch erwarten aber schon gute Comedy genau so geht es mir auch ich habe das ganze Ding durchgeguckt es ist nicht so dass das nach den Folgen auf einen großen explosiven Showdown hinaus kommt es gibt hier keine großen Spoiler sondern die Comedy die gleich von Folge 1 euch um die Ohren weht die ist die ganze Zeit dabei das ist absurd das ist ein bisschen durchgeknallt Fäkalhumor kriegt hier nochmal eine ganz andere Bedeutung kann ich euch versprechen die Folgen steigern sich tatsächlich in der Absurdität die sind allesamt charmant und witzig und ich mag die Art wie die Leute hier zusammenspielen wie Hugh Laurie Zach Woods als man nennt das glaube ich auf echten Kreuzschiffen Bordliaison also das heißt das ist der Go-To-Guy wenn man Sorgen Wünsche Nöte hat komplett überfordert wie du gerade gesagt hast aber in einer so stoischen Ruhe dumm das ist wirklich es ist Fremdschäme auf ganz hohem Niveau finde ich und es hat mich auch nicht gewundert dass ich jetzt gehört habe die zweite Staffel ist bestellt das wird also weitergehen yeah du wirst auch weiter am Ball bleiben das höre ich so raus ne klar ich habe auch anfangs Josh Gett nicht wieder erkannt ich dachte erst das wäre so Matt Barry den man auch aus IT-Crowd kennt weil er durch diesen blonden Fukuhila oder was auch immer er da hat ganz anders aussieht aber er liegt da auch so ne dumme Abgefucktheit an den Tag und reitet die immer weiter in die Scheiße man muss bedenken die NASA und alle diese Piraten könnten die sind nicht in diesen Kreuzer die sind außerhalb und die versuchen denen Hilfe zu geben und wann immer die diese Hilfe bekommen könnten versaut dieser Manager entweder oder die sind zu blöd und versaut und zwar irgendwie auf den falschen Schalter drücken oder sonstiges der noch gerade in Kraft tritt wir haben auch an Bord noch Leute also Passagiere die es besser wissen wollen und dann dafür auch nochmal für Chaos sorgen und so Variablen die sie nicht einkalkulieren können genau und das geht so wirklich Schlag auf Schlag immer wenn man denkt Mensch die Idee die klingt gar nicht so schlecht dann kommt auf jeden Fall irgendwas dazwischen es geht schief die Leute es bringen sich Leute in Positionen die noch weniger Ahnung haben es passieren die absurdesten Dinge wir brauchen ja auch gar nicht in große Details gehen weil das ist einfach wie gesagt 30 Minuten Spaß du kannst dabei abschalten es ist toll produziert wie ich finde also das All das Setting was sie da haben ist witzig ist schön ist toll das wirkt nicht irgendwie überladen die Gimmicks die sie da benutzen und die Sprüche sind frech und wie gesagt ich hab ja diesen Armando Iannucci in mein Herz geschlossen ich bin großer Freund von Veep für mich die beste Polizatire die es je gab und jetzt wo ich weiß dass er das macht erwarte ich da immer noch viel wir werden auch noch Ende des Jahres einen Film von Armando Iannucci in die Kinos bekommen nämlich The Personal Life of David Copperfield da hatte ich auch schon das Vergnügen den zu sehen und der ist fantastisch auch wieder mit Hugh Laurie kann ich also jedem schon mal ans Herz legen aber da reden wir drüber wenn er rauskommt ist da nicht noch ein Embargo drauf ich bin mir jetzt nicht sicher genau er ist noch nicht also offiziell soll er im September rauskommen ich drück die Daumen weil das ist ein toller Film der hat so viel Spaß gemacht und genau so funktioniert diese Serie auch und Josh Gatt du hast ihn gerade schon angesprochen ich fand ich find den großartig also wenn wir jetzt mal seine Performance hier vergleichen zu der unterirdischen Performance die er in Artemis Foul angeboten hat dann kann ich euch nur sagen lasst den Film liegen und schaut euch diese Serie an genießt die Folgen die machen einfach Spaß ich find aber auch dass sie trotz dieser Comedy noch so eine gewisse Seriosität behalten also es wird nicht zu albern und klammaukig sondern man bewahrt noch so ein bisschen wie Hugh Laurie's Charakter so eine Art stoische Ruhe in der Inszenierung genau die Charaktere sind jetzt auch nicht nur die ganze Zeit plump sondern die kriegen auch wirklich Raum um um sich da zu entfalten und man man schließt sie auch einfach alle in in sein Herz auch das Level von Absurdität das da kommt das ist natürlich immer groß und das ist bunt und das ist schrill aber das ist so gespielt das nehme ich denen ab also wenn das 40 Jahre in die Zukunft ist dann mache ich mir Sorgen genau so werden Kreuzschiffe wahrscheinlich im Aal rumcruisen mit einer Fake Crew mit komplett unfähigen Leuten an Bord und da kann man nur hoffen dass wir alle keine Tickets gezogen haben wir erleben es ja gerade auch an der aktuellen Situation wo viele Leute sind die meinen sie wüssten es besser als unsere Wissenschaftler also so weit von der Realität ist das tatsächlich nicht entfernt genau und ja unglücklicherweise ist die Gesellschaftskritik die hier geäußert wird ist natürlich schon die dass was machst du wenn du mit Problemen konfrontiert wirst wenn du in einem Raum bist in dem du eingesperrt bist mit Leuten mit denen du vielleicht nicht so viel Zeit verbringen wollen würdest unter normalen Bedingungen das hat Bezüge zu unserer Lage ich denke in anderen Ländern hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ausgelöst aber hier die Kurve ist natürlich ganz klar das hier ist Satire auf ganz hohem Niveau die soll uns unterhalten und uns halt eben so den Alltag ein bisschen verschönern neun Folgen habe ich schon gesagt alle ungefähr 30 Minuten jetzt auf Sky Ticket und ich würde dich Patrick kurz fragen wollen wie viele Traumschiffe im All würdest du der Serie geben fünf ist das Max null ist das Min nach dem Eindruck den ich bisher habe und du hast gesagt das wird kontinuierlich so weiterbleiben gebe ich dem ganzen so drei von fünf Fake Captains einfach weil es schon Spaß macht und ich dranbleiben will und da lasse ich mich dann gern berieseln wenn ich komplett fertig nach Hause komme das finde ich gut ich bin noch ein bisschen freundlicher als du ich lege noch einen halben Fake Captain oben drauf das heißt bei mir hat er noch eine größere Perücke und vielleicht noch ein Panzerschild oder sowas ich gebe 3,5 von 5 ich habe damit Spaß gehabt ich werde weitere Staffeln auf jeden Fall gucken ich werde die erste sicherlich auch nochmal gucken weil da sind so viele schnelle Gags bei das wird dir nach den ersten vier Folgen wahrscheinlich auch schon so gegangen sein da sind so viele Nuancen drin ich glaube das ist so eine Serie ähnlich wie Parks and Recreation oder eben Veep das kann man ruhig ein paar mal gucken und man lacht immer wieder an denselben aber halt eben auch an neuen Stellen ich denke das macht bei dir auch den halben Punkt aus ich habe bisher nicht eine Folge Veep gesehen weil ich Julia Louis Dreyfus einfach als Dumpfbacke bei Seinfeld gewohnt bin und ich kann oder konnte ihr bisher noch nicht diese Rolle so abkaufen vielleicht schaffe ich das jetzt mit dem zeitlichen Abstand der dazwischen lag das regeln wir gleich wenn wir aufgelegt haben und hier alle Leute dazu entlassen haben dass sie sich die Serie angucken denn wer da draußen ist und hat Veep noch nicht gesehen holt das nach es ist eine Sensation wirklich jede Staffel ist super und was der Armando Iannucci da eben geschrieben hat ist ganz ganz große Comedy ganz toll ähnlich wie hier und ich bin eigentlich fertig ich überlasse dir das Feld ich sag schon mal Ahoi und gebe dir das letzte Wort Ahoi ja also von mir kommt auch nichts weiter nur dass wir jetzt in den Wochen neue Folgen der Comic Cookies produzieren also auch da könnt ihr weiter dranbleiben und beim Tele-Stammtisch wird es jetzt natürlich auch weiterhin auch in diesen Zeiten oder gerade in diesen Zeiten neue Kritiken geben was ihr euch denn alles so in der Isolation anschauen könnt also tschaut Leute Applaus 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 Applaus